Ich komme auf der Gitarre, ist drauf. Haben alle das, was ich brauche? Affection, Affection. Affection ist, auch wie der Titel sagt, jemand war, der mich mega fest angezogen hat. Und wollte, dass ich mich öffne. Und ich habe das gemacht. Und dann wurde ich eigentlich weggestossen von ihm mit ein paar recht scharfen Vertrauensbrüchen. Und ich habe mich gefühlt, als hätte ich mich furchtbar verbrennt. Und das war ein Moment, wo sich die Verliebtheit von seiner Seite aus einfach in der Luft aufgelöst hat. Es ist einfach so wie verschwunden. Und ich habe mich gefühlt, als würde ich an einem Gebäude zuschauen, einem grossen Gebäude, das in sich zusammengekehrt in Slow Motion.